Jo Leute, wir mailen uns zurück, endlich mal wieder hier in Monster Free Night Walkthrough Das letzte Mal sind wir hier stehen geblieben und haben Peron Mars gekillt und ich habe dann die weiter Geld gefarmt und zwar für den Aufbesserung des Hammers des Eis-Hammers und zwar diesen Konuskopf, bloß zu großer Konus allerdings mir eingefallen, dass wir den vielleicht später machen, weil wir brauchen nicht so viele Eiswaffen und es wäre auch, glaube ich, wichtiger, mal eine neue Rüstung zu machen es wird dann ein Mixer mit Ashrator, das Seelen sein und Akantor zu von Monster Tree, man muss wissen, ich habe diesen Save nicht mehr seit Ostern gespielt und ich würde sagen, jetzt geht es um eine Gilde weiter also die letzten, wie ihr seht, die sind alle um Ostern herum aufgenommen worden das ist ein bisschen doof, natürlich, weil ich bin jetzt nicht mehr so im Spiel drin, aber wir haben uns noch Try eben gespielt und jo, wir gehen mal hier in die Online-Halle so, ich hoffe, das müssen wir jetzt tun ja, das mache ich jetzt hier ich habe gewissen ja, ich habe gewissen ja, ich habe gewissen ja, ich habe gewissen ich habe gewissen als Augenbote schon zu sehen das ist ein bisschen und das wird es dazu die Brüder war es gut was für mich mit dem Auge vorzunehmen das ist und das uns nur in den es gibt die Opel Blütschel wird man es gibt die Böckung sie wurde also so was ich hier bin ich bin über die Böder dort wird starten die vierte Statut des Lebens dort Leute zu doof in die alten Woche zu schauen mit den Jubiläten so wartet und mit uns wird es gibt noch mal anschauen über die Wirtschaft und Schauspieler nicht so schlecht da war die Mitgliedschaft Das ist komisch. Ich weiß aber ob ich oben fett dran muss. Käsekuchen. Hoffentlich fail ich jetzt hier nicht so. Ich lege gerade Traps. Traps. Warum lädt dein Scheiß so schnell? Genau weil du so eine fette hässliche dünne hässliche Toastbrotsel. Was will ich voll die geile Fette mit? Vielleicht wenn du fett bist. Ja. Ach soll ich das ja anders schauen. Nein wir müssen noch da hinten glaube ich. Du bist in diesem Alter ist die Grafik hier vorne im Vergleich zu. Da ist irgendwie so voll unbearbeitet und unfertig. Was ist unbearbeitet und unfertig? Ja die Grafik hier. Ja so komisch. Und wo fühlt sich von mir Götter? Wir wollen ja nicht die Grafik hier ausziehen. Sie sind ja nicht alles, was die Grafik hier hat. Eben nicht. Die Grafik war immer noch nicht so besonders. Da war die Grafik immer super. Ja immer so. Ja das Spiel ist ja auch schon 6 Jahre oder so alt. 2003 Jahre. Ich glaube das ist das beste Grafik. Und Schallbombe. Nein ich hab keine Schallbombe. Ja das ist auch nicht. Ja so cool. Da da kommt es, da kommt es. Wie ich seh es. Oh fuck auch nicht. Fähig ich jetzt hier nicht so. Ja ich hoffe auch nicht. Das ganze ist cool. Das ganze ist Töfte. Aber vor allem nur ein Tuar. Ja. Weil funktioniert diese Käse hier. Oh ja. Lass mich nicht rein. Boah. Boah. Man kann ja gar keinen Seitenraum machen. Man kann ja gar keinen Seitenraum machen. Man kann ja keinen Seitenraum machen. Man kann ja keinen Seitenraum machen. Man kann ja auch auf die Füße trinken. PERFORCEHistors. Sehr gut,... Nicht mehr, NIR VORSECENTAL. Genau gut gabellg procure um bet cose chas, verblende aberjeigs програмmer. bowlinghastchen. 3D ein, Jerusalem, WCTE. die specialize注aten. Nun kann es eben auch kontrollieren. הו sei ein S produit... ich denke ich hab die ganze Zeit die Oma ist ja nicht die ganze Zeit damn it, damn it neul gibt es gar kein so cooles Elan wie mein Kulturel ja, das geht immer wieder runter schon mal übel Salzen voll fetten Zahn oh, ich bin echt nicht schlecht das ist gespacht wenn man den Salzen geriebe ausruft oh ja trinkt man ein Traum weil hier muss man mal so angekommen wo die Hitboxen nein, man kann ja keine Zeit oh, das ist schwul! Das ist die Frage vorbewegen geht es doch hier? okay, complex moooo ich bin natürlich du bist auch nicht moooo ne moooo oh, ich bin der hoch Senior nein, 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 nein das ist die schwulen Bein wärem gekommen schluss du lustig ja natürlich Heila was doch der scheiß einbring vielleicht muss ich nicht tun das ist ja rein dass ich nicht geschauke oder sonst ja wer dir zu zu tun das ist tot ich bin der Stiftung ich habe schon so lange nicht mehr gespielt jeden Tag mit Monster und die ich noch nicht verlohnte Neuer Hälfte Prozent 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 wir schauen dass wir noch das ist so wichtig die Bein der Vorwürdigkeiten die Führerkeitschaften die Führerkeitscheidung für den Bezug ja ich staunen ich bin mal zum Wettstein ein Stück nix und weiter geht es ich bin ausmacht ist da wir sind die wir sind auch von dieser Postenorten auch er geht ich hab die ich hab die tipps genug dann muss ich die büttelte weil ich will auch in so Prozent das sind Doppelwälder ist krass. Ein Spielbüchschalter, was? Na ja, sie hat mir so gut gebeten. Gibt es? Gibt es ein Tatgebüchschalter halt. Was mache ich? Jemand kann auch mal den seitlichen Sprüchen machen. Käse. Kuh. Käse. In jedem Allgemeinen soll es nicht hochheilen. Kommt den Rissen ab. Aber wenn ich den Bier in die Ketten kippe. Käse. Käse. Die Mutter ist kieken. Die Mutter ist kieken noch. Du. Mal dieses uralte Schimmelige. Nein. Hey cool, die Maus ist nicht im Bild. Cool. Die weiß immer nicht im Bild sein sollte. Hohohohoho.